so mein damen und herr wunderschön guten tag und willkommen zurück so leute neue saison ja ihr seht es geht wieder wie gewohnt weiter hier bei uns und das mit einer raute im mittelfeld links und rechts jeweils einer hoppen was machst du denn da so jetzt haben wir uns noch ein bisschen hier das soll mir doch vorher einer sagen jawohl jawohl wohl wunderbar 1-0 so bitte weitermachen ja haben ja das doch noch gerettet hier das toll sieht er zurück aber er hat so weiter als dieser mitgelaufen hier na ja bei flaxen ein bisschen wo man es darfst ein bisschen schneller reagieren ist der ich cool auch haben es läuft da kommt nicht durch ja der hat einfach die nötige kreativität na da ist er haben es doch noch einmal und sicher nicht durchsitzende gegner wunderbar oder war nach hinten ja wunderbar abläuft da der konnte ich habe den pass gespielt warum macht er das nicht war doch quasi im lauf nein alter wie die bilder mit der wenn die flange auf b kommt das ist ja fast schon so 100 prozent drin ja du komm achten wir sind da genau wie geburt ich weiß ohne so weit ja klar was auch so und nichts ich weiß auch nicht warum ich gleich wieder hatte ich habe mir sozusagen selbst gepasst keine ahnung naja sauber und wo hat der kotter auf geht's alter pass natürlich werden auch geld bekommen locker leckte ich habe sowas ich hatte sowas spiel fieber ganz gut ich bin vorbei das war die einzige chance überhaupt haben das spiel 1 1 ansonsten kommt nicht mehr viel von den leute versprochen 2 er hat er hat er hat in die stadt loophole wir sind sehr schön aber das war so ein so ein wieder so ein lupfer top war ja ehrlich perfekte antwort so müsste sie immer aussehen ihren eigentor ja so ist das bei der namens überrascht die jubel doch dahinter ja ja ich go es ist so gemacht zwei und spieler war ein tor ja genauso wie ja müller von müller neuer hätte von eigentlich auch warum war glück gehabt ja wo wir sagen es ankommt ja zu spät schade und morgen jemand losgewerden frei davon genau um genau was wir sollen schicken und ich bleibe da wo du bist so ich schieße dahin er musste irgendwie runter da war weil sowas schon abseits habe ich jetzt in der spiele ja wir sind echt gut dabei ja ich bin es komplett offen stadt raus das wird nichts werden steht im abseits kommentator ganz schlaue das ist ein abseits super ich glaube ich bin trolle glaube ich so kommt noch feindlich vor der halbzeit und so schade jetzt müssen wir aufpassen bis janu ronaldo kommt ja klar wieder den kopfball was so dass ein freistoß und wir hätten jemand beschwert wo ihr wohl genau so dran stark kommt dadurch ja nicht hier alle schüsse auf so ja sagen eigentlich sieht der sicherung aber man soll vor den abend loben wie es so ist machen wir diese machen wir machen wir ein ergebnis 4 zu 1 machen wir schnell klare verhältnisse und dann geben wir uns kurz was na klar warum nicht war auch zu groß die entfernung äh 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 geile äh 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 bestes Wollschirm von Gritschmann, was ich je gehört habe Nein, Mann! Warum steht denn der da? Na klar ist er dabei, aber Mann, ey Huuuuh Waffe Ja, ehrlich, weil er sagte eben, oh, das ist ein Superschuss von Kurs War aber zu groß die Entfernung Ah, zu groß Nein, Scheiße Ja, kurz, Brochi Brochi Ja, kurz auch noch nix Scheiße, man, schon steht wieder 2-2 Guck mir so ein bisschen, äh, was machst du denn? Der Gegner, das war unkonzentriert Ich dachte, er läuft dann hier vorbei Oh, nee, das Guck mal, so ein Dulli Pass kommt, Alter Der geht jetzt rein, pass auf Oh 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 Ich sag's dir, die können nicht tiefer spielen, aber gegen uns reißen Der ist rausgelaufen, damit es kein Absatz ist, falls er ihn abhalten lässt Oh Oh, Boateng ernsthaft Ja, klar Ja, Boateng, er kann doch gehen Haha Nein Vielleicht ist er ja schon gegangen Wenn die Folge von... Ja, stimmt Ich bin schon da sein Alter Okay Äh Der Alaba hat von Optimismus geträumt die Nacht Oh, Mann Wisse, 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 wisse Wisse, wisse Ja, natürlich Ja, genau Lauf schneller Oh, Taktikänderung bei Beginner Natürlich Bei Flinox dann Altajanis Flinox und Vinox Ja, aber ähm Komma hab ich auch eben erst gebracht, also Okay Läuft noch nicht länger Mal zum Beispiel Läuft noch Robert Leberlost gibt eine 8,4 Ach komm her Next Pip 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 Oh Das war schon Wo groß geht Den Eckstoß tritt Toni Kroos Boah Der Wunsch rein Kasimiro kommt, okay Nicht für Kasimiro Der Keeper schnappt sich den Ball Ganz sicherer Aktion Mach doch Oh, no, Esel Hätte ich länkschicken können Ja, mach ich nicht Ja Oh Viel zu spät Gerade Hummels Hätts niemals nach vorne laufen lassen soll Da kannst du mich Oh, da kommt wieder kein Arsch ran, ne Oh Ja Ja Naja, komm Warum Manchmal das Gefühl, er macht die Augen zu und wirft einfach Was ist denn jetzt wieder? Der hat sich doch einfach nur auf den Boden gelegt, ohne dass ich gefault habe, oder? Ja, ja, ja Ah, ich liegt auf dem Boden hat mich gefault, okay Ah Nehmer Lackern hier Oh, nein Oh Das war großes Risiko, egal Gut Konter, jawohl Alter, jetzt Jetzt kriegen wir sie Ah, so nicht Jawohl Aber so vielleicht doch Ganz außen Fühl zu spät Alter, was mache ich? Ah Oh Ah 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 Immer diese Solo-Dinger, ne Das gibt's doch nicht Wenn man da reingeht, habe ich ja nichts gegen, so Ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig Egal Das wird nicht unsere letzte Chance gewesen sein Ne, ich hoffe es doch Ah Ja, natürlich Mit Ronaldo geht das Kopf voll irgendwie Naja, komm Stark Hoppa Ich verstehe nicht, warum bei denen bei Real Madrid klappt dieses Abwehrfalten immer Weißt du? Deswegen bleibt man wie bei Real Madrid nehmen, aber nein Warum du dein da? Oh ne Oho Mann, hier komm mal da oben ganz frei Jawohl Was denn jetzt? Wurde gefault Sehr gut Was? Wurde ich schießen? Ja Sau in Rhein, Mann Oh Gott Ach du Angst ist nicht, äh Tja So ist es Oh Geh doch Oh ich Jawohl Alter Raves Äh Mein Kasimiro Der Kretscher möchte heute nicht gewinnen Ja doch eigentlich schon, aber Meine Spieler die Steuer wollte ich mehr Ah, ja es ist ja Die Zeit für neue Band oder Oh, ja Ernsthaft Schon geblockt Oh, nein Nein Arzt es nicht Du arzt es nicht Du arzt es nicht Du arzt es nicht Das war doch noch das Tauber da nie Ey, wir müssen jetzt müssen wir den Ball holen, ne Dann einfach nach vorne, ey Boah Boah Da habe ich da auf mein Guck mal Nein, nein, nein Nein, nein Doch eigentlich war das gut Dahinter waren 3 Leute Ah, warte, pass auf Alter, Runde und Ronaldo komplett frei ich kann auch nicht zaubern der ist das sein wir waren ja für sich ihren siegerstraße natürlich reißte das wagner wird mich nicht enttäuschen das kann doch nicht wahr sein ja ich bitte der monado brühe na klar ja da kommt dann ja sehr gut am ende waren zu viele wähler leider leider oder wir machen noch drei aber so fünf Minuten hier oh man ja schade 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 danach war es echt lange nicht aus in dem Spiel aber naja jetzt gefährlich sauber von wagner leute von heute ja komm mal nicht am ball ist okay geht vorbei ich lasse ich feiern auch wo ist die kamera mach mal die zeit weg da schnell weil vielleicht kriegen wir noch eins vielleicht kriegen wir noch einen punkt ach der wagner war so ein eiskalt aber wie er da gewartet hat der edeljoker warte jetzt hier ja jetzt habe ich ihn erst warte da echt bis er fast im haus ist dabei ja ich egal der wagner ich sage mach 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 total auf sie wird ja sowieso habe ja schon ach so ist schon fuck off weiter ach ich lasse aus ich habe ein controller weg ich schwörst dir ich drehe am rad alter so fieber ist beendet ich werde dieses spiel nicht mehr spielen ernsthaft das kann doch nicht sein ja aber ich kann es ja nicht ändern wenn ich den ball nur 1 und da will er schiebt flanken weg mama mia immer so gehen mama mit der dritte der dritte ist sie wer hat er 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 so ein scheiß sehr ehrlich vielleicht wird wieder da hat er den Prozent pro-clubs wechseln keine ahnung zuerst aber eigentlich soll er ich weiß nicht ist es ist der breite und wir kriegen die Tore das war nicht sein das kann man nicht die ganze erste halbzeit war top aber keine ahnung teile der zweiten ja auch aber dann ja so eine zweite hat wird da haben sich die fehler extrem geholfen ja 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 das tor raumacht genau das nächste kommt dann und heißt wie von 19 genau ja heute mal sehen ob wir noch hier die den aufstieg noch mal schaffen in liga 2 wir waren über 19 ich glaube 26 september zwei monate müssen wir uns noch gedulden wir sehen wir sehen heute gibt es noch nachschub ist dahin sind wir also wir hören ja in liga 1 auf sehr optimistisch so muss das sein leute wir verabschieden uns und dann da es war ja auch erst das erste spiel ja da haben wir noch neu ja wir werden jetzt alle alle spiele gewinnen wir werden den titel holen danach gehen wir hoch in liga 2 werden dann den titel holen und dann verbleiben wir da einfach und sind so in liga 1 aber sicher so aufhören wenn es am besten ist genau und das werden wir machen leute ab der nächsten folge geht in diese richtung jetzt genau so kommen wir haben ja 80 siege und 98 niederlagen ich würde sagen ich würde sagen bei 100 niederlagen wenn wir mit viel für 18 auf bei 100 siegen wollte ich sagen und sie sind theoretisch 20 spieler theoretisch die schnell durch weil kommen 10 jetzt noch neun siegeln liga 3 dann noch zehn siegen liga 2 und dann sind wir aufgestiegen liga 1 ganz einfache richtung ja egal immerhin haben wir drei sterne das sagt alles über uns aus ja stimmt aber gut was hat man 17 glaube ich war aber auch maximal drei ne ich glaube zweieinhalb aber zweieinhalb habe ich gar nicht mehr so im kopf jeden fall hat mir deine wesentlich schlechtere tendenz also wir sind ja nur 20 von sieg und niederlage entfernt hier das geht schon das geht schon bedenkt dass wir das nicht regelmäßig spielen sowie andere sucht dies wieder schon das stimmt die schütze jeden tag wir in stunden umgerechnet 24 tage wirklich durch gesucht haben ja 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 das ist übel aber sonst ja wir steigern uns ja wohlgemerkt komplette tage also ohne pause ja wirklich nur anfangen 0 und dann geht es weiter ohne pause 72 stunden glaube ich war haben wir gerechnet oder 104 stunden genau war schon heftig naja leute aber so ist es und wir sehen uns wieder in der nächsten morgern ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020